Musik Nach sieben Jahren Projektstatus hat der Landtag im Oktober 2011 entschieden, die Sportschule Lichtenstein ins Regelschulsystem zu überführen. Dieser bildungs- und sportpolitische Meilenstein wurde am 2. Mai gefeiert. Ich war die einzige Schwimmerin, wo eigentlich die Sportschule gegangen wäre. Dann hat es von der Trainingsplanung nicht funktioniert. Mit den Voraussetzungen, dass man am Nachmittag trainieren kann. Darum bin ich in die Trialschule gestern gegangen. Aber es hat dort so gut funktioniert und es ist gut gegangen mit den Lehrern und allem. Das Fazit ist sicherlich, dass es ein richtiger Entscheid war vor acht Jahren. Es hat dort eine Vorbereitungszeit gegeben, eine Evaluation, eine Bedarfsabklärung gegeben. Dort ist zum Ausdruck gekommen, dass es einen grossen Bedarf gibt bei uns im Land für eine Sportschule. Dort ist es der richtige Entscheid, es zeigen die acht Jahre von der Sportschule Lichtenstein. Wir sind jetzt im vollen Ausbau, das heißt, von der ersten bis zur siebten Stufe haben wir überall Sportschüler drin. Und das Fazit ist ein sehr positives und ich denke, es ist ein richtiger Entscheid, was der Landtag letztlich gefällt hat, dass er mit der Revision des Schulgesetzes die Sportschule fix uns in der Bildungslandschaft verankert hat. Die Sportschule, das ist also eine Basis, das ist etwas absolut notwendiges. Wir haben uns damals vor zwölf Jahren eigentlich schon gesehen, wenn wir international im Sport mithalten möchten, muss man eine so eine Sportschule haben. Wir haben eine leichteste, spezifische Lösung finden müssen und das hat super funktioniert. Und wie man es so höchst gehört hat, ist es so ein Erfolgsgeschäft. Das erste Mal ist es ein Schulversuch gewesen. Und wenn es ein Versuch so an sich hat, wird natürlich zuerst einmal vier oder fünf Jahre geschaut, wie bewährt sich das, wie funktioniert das an so einer Schule. Dann wird genau evaluiert, was sind Vorteile, was sind Nachteile, was ist nicht so gut, was läuft gut. Und nachher ist natürlich der Spessprozess mit hineingelaufen, weil im Rahmen, wenn Spess gekommen wäre, wäre der Sportschule automatisch im Rechtsbestand verankert gewesen. Und dadurch hat es dann eine Verzögerung gegeben und dadurch ist dann erst letztes Jahr das verankert worden. Es ist eigentlich vor zwei oder vor drei Jahren schon klar gewesen, dass die Sportschule eine Schule ist, die nur wegzudenken ist aus der Bildungslandschaft bei uns im Land.